So, heute mal eine Fuhre Kieswand für ein Kumpel. Ab zum Recyclinghof. Und Multicar ist startklar. Und dann können wir mal, wie gesagt, auch dafür nutzen, wofür er da ist. So, erbringt ein idiotes Stück. Gucken wir mal ein bisschen glühen, weil Multicar kalt über Nacht draußen hier standen. Glühen, glühen, ein bisschen glühen. Na, schwächelt meine Batterie? Ich glaube, meine Batterie ist vergänglich, denn das geht mal ein Ladiereck. Genau, jetzt ab zum Recyclinghof. So, angekommen. Jetzt macht dann gleich voll. Abfahrt. So, weshalb die Sonne scheinen? Der Multicar ist voll. Kann weiter gehen. Genau, das sind jetzt anderthalb Tonnen. Vielmal will ich ihm auch meinen Kleani anziehen, weil, naja. Ist ja auch altes alt. Weiter geht's. So. 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 Wie ist das zu Hause angekommen? Jetzt geht es hier weiter. Kumpel kann noch ein bisschen mal zu Hause pundern, hat den Kies und genau, jetzt geht es bei mir weiter, dann bis zum nächsten Mal.